Musik Wieder ausknaufen? Tönt alles gut, ich gehöre nichts, scheint alles in Ordnung zu sein. Ich habe immer nur bei dir bei dir geholfen, deine Hilfe bei dir geboten. Ich mach noch meinen Job. Ehrlich gesagt, die wollten dich wirklich nie mehr sehen. Und als Arzt habe ich mir die überhaupt nicht vorstellen können. Jeder weiss, dass Papa dich fickt. Aber was keiner weiss, ich sehe es dir gefällt. Es gefällt dir, hm? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.